Oh, hi Leute! Also jetzt geht es hier wieder runter. So, hin und her und her. Mein Auge ist gerade ein bisschen dämlich, aber egal. So, ähm, aha. Okay. Hä? Was ist das? Oh nein. Oh, oi oi oi. Mehr Equipment? Was ist das? Hä? Was ist das? Okay. Okay, 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 okay. Mal gucken. Worum es jetzt hingeht. Okay. Okay. Dafür haben sie mich nicht. Hast du mich da? Ne. Okay. Okay, dann gehen wir mal zurück zur Lino Squad. Och, 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 och. Er schaut... oh, ja, ja. Jetzt leckt es wieder? Na gut. Wow. Oh, yeah. Grenade Launcher. Alles klar, dann lasse ich mal durch hier. Super. Ich verstehe. Ah, ich verstehe. Wow, wow, wow. Okay. Alles klar, verstehe. Na dann, na dann. Okay. Okay, 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 okay. So weit so gut. Ach, ich soll deinen Weg finden? Ja, ich würde mal sagen, wenn ein Granatenwerfer dagegen war. Ach, natürlich geht das nicht so. Granatenwerfer hat natürlich auch kein Licht. Hm. Ach, das ist schade. Hier irgendwo. Wo ich jetzt erstmal auf ein paar Gegner treffe, hm? So wie sie euch kennen hier. Na gut. Doch nicht. Na gut. Dann halt weiter. Hier aber auch nicht. Hä, what? Müsste es nicht jetzt langsam irgendwo sein? Ja. So ein Mist. Ja, auch so nicht. Wollten wir dich da auf den Arm nehmen, oder? Auf den Arm nehmen, oder? Na ja, geh ich nochmal hier entlang. Vielleicht ist es ja doch hier. Und wenn es irgendwie unwahrscheinlich erscheint. Alter, wo ist denn diese Schei... ey. Was ist das denn hier? Das ist voll Mist. Hm. Was ich weiß, ist echt dich? Bitte. Ah. Na ja, also... Das ist mir jetzt ein bisschen blöd langsam. Hä, ganz ehrlich. Was soll das? Komm ich jetzt hier scheiße dich raus? Machen wir vielleicht so, 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 so und dann so. Aha! Ich verstehe. Ruhe auf den billigen Plätzen. Aha, okay. Verstehe. Da wir brauchen wir shotgun. So, das haben wir alles noch. Alles klar. Weil ich suche überall, aber da nicht. Na gut. wie geht's da, mein Freund. Haha. Weg da. Upsala Okay, Hammer Ja klar, der hält zwei Schaut ganz kurz in die Fresse aus und steckt dann zurück Was soll man denn hier, ey? Uuuh, ganz ehrlich Nicht so eine große Fresse haben, mein kleiner Haar Alles klar Was soll ich jetzt? Ja, schlecht, schlecht Upsa Alles klar So, er fragt mal an Oh, okay Nein, nicht nicht Okay Okay Alles klar Alles klar Jetzt muss ich schon wiederhören Aber es ist mir auch irgendwie klar So wie die sich für uns geöffnet hat Na gut Mal sehen Dass er damit irgendwie Flugzeuge getroffen hat Aha Und raus Oho Und dann, let's go Weg So Dass er sich da die ganze Zeit versteckt hat Naja Wo geht's hier weiter Ah oh Ah oh Ah oh Äh Ist klar Alter Wie viel hält Hast du gerade ausgehalten Aber es geht Was geht Naja gut Alter, was geht denn Was geht denn Alter, ich will die aushalten Ah nee 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 Okay Uh, es leckt aber ganz schön Hier Hab ich mir schon gedacht Na gut Äh, kurz Schwein Wieder Oh, Maschinenammo Das gefällt Okay Weiter geht's Äh Clips Super Clips Sind auch genial Und jetzt können wir nämlich hier rein Ob ich das richtig verstanden Ah, Bill Was du gehörst Achso Der Bichter Bomben weg in der Kanone So Dann lass mal weitergehen hier Ja Ja, mit der A ist schon Ja, richtig easy Schön So schön easy Hier, die geht Okay Rating Procedure Na gut Alles klar Weiter geht's Oh Oh ja Das Toll Okay Wir schreiben uns auf Der Reddit Launcher Ist überhaupt Bisschen Entfernung Na gut Ist das jetzt meins oder Oder ist das gegnerische Lass mich rauf Wie komme ich jetzt da drauf Hallo Komme ich hier rauf Hallo Das bringt uns nicht Dass hier so ein 18.000 Meter Teil jetzt rumsteht Äh What Ich hab' ich verpasst Oder wie Was ist denn jetzt hin Hä Das ist jetzt komisch Hallo Was geht denn jetzt Hallo Was Warum Was Müsstest du da jetzt nicht Aufsteigen können Und Hä Okay Ich mach euch ja Pott wenn ihr mich nicht Einlasst Ja Mal sehen ob es hier weiter Reingeht War ja klar Was zur Hölle Was zur Hölle Was ist hier eine Fehler Sequenz Oder wie Ah Hier Hier Passiert doch was Genau Kommst du auch mal Super Okay Das war's dann auch schon wieder Bis zur nächsten Episode Meine Freunde Bis